Wenn du mit deiner Kindergruppe im Musik- oder Instrumentalunterricht etwas mit Bewegung und Stimme machen möchtest, gibt es zahlreiche Bewegungslieder, aber auch Stimmbildungslieder, mit denen du die Gruppe leicht zum Bewegen und Singen bekommst. Wie das aussehen kann, erzähle ich dir in diesem Video. Ich bin Linda, schön, dass du dabei bist. Lieder wie Kopf und Schultern, Head & Shoulders, kennen die meisten Kinder aus der Schule oder aus der Kita und du bekommst mit diesen Liedern einen ganz leichten Bewegungs- und Sing-Einstieg, auch im Instrumental- oder Musikunterricht. Spiele oder Summe einfach den Anfang des Liedes vor, viele Kinder werden direkt einsteigen. Du kannst auch ein Rätsel daraus machen und zum Beispiel nur die Bewegung vormachen, die Kinder werden raten, um welches Lied es sich handelt und auch dann sofort einsteigen. Mit jüngeren Kindern kannst du auch das Flummi-Lied machen, um sie in Bewegung zu bringen und sie zum Singen zu motivieren. Falls du Kinder mehrerer Altersklassen in einer Klasse hast, bietet sich das Bewegungslied Sima Makar an. Ein prima Lied, wenn du im Sitzen starten möchtest und zum Beispiel schon in einem Stuhlkreis bist. Vielleicht ist es dir auch lieber mit Sprechen einzusteigen, dann kannst du Hannes aus der Knopffabrik wählen oder ein anderes Rhythmickel mit Body Percussion. Wenn die Kinder dann schon singen, kannst du direkt an die Lieder auch eine kleine Sing-Übung, ohne jetzt groß vorher anzukündigen, dass es sich jetzt um eine Sing-Übung handelt, weitermachen. Zum Beispiel so Die Kinder werden wahrscheinlich auch da leicht einsteigen. Achte darauf, mit dieser Übung nicht zu tief anzufangen und wenn du möchtest, holst du dir natürlich Unterstützung von einem Instrument. In Liederbüchern für Kita und Grundschule findest du zahlreiche Liedsammlungen. Vielleicht können die Kinder auch neue Bewegungen zu den Liedern erfinden oder du entwickelst etwas mit den Kindern zusammen. Meistens steigen die Kinder von allein ins Singen und Bewegen mit ein, wenn der Einstieg in ein neues Lied oder Rhythmickel interessant, altersgerecht, herausfordernd und zum Mitmachen animierend gestaltet ist, ohne dass du vorher ankündigen musst, dass sie jetzt gesungen wird. Ich wünsche dir richtig viel Freude beim Ausprobieren. Vielen Dank, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.